Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wo seht ihr sie? Welche Fenster? Schraubchen! 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 Fenster links! Linkes Fenster. Linkes Fenster. Linkes? Linkes Fenster. Linkes Fenster. Rechtes Fenster. 3, 2, 1, go! Linkes Fenster. Linkes Fenster. Linkes Fenster. Linkes Fenster. Hup! Der geht halt nach vorne, hopp! Es ist einer oder zwei, kann es nicht sein. Kein Deadman-Talk, bitte. Geht halt vor, ihr seid zu dritt. Wenn noch einer da ist, dann ist er weg, wenn du durch die Tür kommst. Ihr seid doch zu dritt, komm, einer, linke Tür, eine rechte, einer gepinkten Deckung. Ich auch nicht, aber nicht. Lass ihn den Spaß. Jetzt komm, laufen, hopp! Rein! Drei, zwei, eins, rein, fertig! Aber nicht alle doch die gleiche Tür. Kommt da hinten raus, bäm, bäm, bäm. Bäm, bäm, bäm. Bäm, bäm! Bäm, bäm! Bäm, bäm! Bäm! Ne, zwei, eins, quous, ne? Tja, voll stolz明. Drei, eins, first. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Weg, auch nicht durch. Ist nichts. Nichts. Meistens, wenn du dich selber checkst, dann wirst du nur mal gedreht. Ja, weil sie dann oft deine Deckung so nachlassen. Drei, zwei, eins, go! Oh, sieg, nekir! Drei, zwei! Drei, zwei! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. In der Mitte. Und recht. Gut. 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 Halt die Finger!